Hey ho ihr Lieben, servos und grüßt euch zu Super Mario Maker. Wir spielen in der Sternenrangliste irgendwelche Levels und ich habe hier dieses Luigi Manson-Level gefunden und mir gedacht, das ist doch genau wie für mich geschaffen. Und deshalb spiele ich es jetzt, weil es wie für mich geschaffen ist. Yeah! Ähm, ihr müsst erstmal hier meinen Ton ein wenig regulieren. So, jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut, jetzt höre ich viel besser. Da geht's nicht lang, da geht's hoch, wir brauchen Münzen. Und ich komme jetzt schon nicht mehr weiter. Cool. Cooles Level. Äh, what the fuck? Wieso komme ich jetzt nicht weiter? Wir brauchen Münzen. Acht Münzen. Hier geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Hier komme ich nicht hoch, da. Ah, ich komme hier auch nicht hoch. Was zur Hölle? Muss ich hier machen? Was steht in diesem Kommentar? Kacka. Da steht Kacka. Sehr hilfreich, sehr, sehr hilfreich. Oh, vielleicht muss ich das machen. Das muss ich machen. Das ist hier meine Aufgabe. Nee, da muss doch hier irgendwie ein geheimes, was auch immer sein. Irgendwo muss doch ein Block sein, den man hier austricksen kann oder so. Das kann so nicht sein. Habe ich jetzt gepasst? Hier ist ein Notenblock. Raffiniert gemacht. Muss ich sagen, echt raffiniert gemacht. Und jetzt? Oh, da lüftet Zeit ab. Da tickt's, da tickt's, da tickt's. Was muss ich machen? Es tickt. Ich gehe da rein. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Oh Gott. Ich muss hier hoch? Geil. Die Musik von Luigi's Manson. Oh, ich liebe Luigi's Manson. Das ist so ein geiles Spiel. Das ist cool gemacht hier. Dieses kleine Münz-Sammelspiel. Da, die Münze noch schnell. Ich hab, oh, ich hab alle Münzen. Yeah. Und wir haben den Schlüssel. Oh, Baby. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Und wir kommen... Da tickt's immer noch. Warum tickt's da? Was ist da oben? Ich riskiere's lieber mal nicht. Ich schau mal, was hier unten noch so ist. Oh, das sind zwei Türen. Welche nehme ich jetzt? Hm. Ach, das Ticken soll ne Uhr simulieren. Jetzt hab ich's. Ja. Ich nehm einfach die obere. Die obere Tür ist meistens die richtige. Meistens. Da muss ich irgendwas machen? Gar nicht. Okay. Ich habe verstanden. Wie geht es? Hand aufnehmen. Huh? Hey. Wenn ich meinen kleinen Adapter habe, werde ich, glaube ich, mal Luigi's Mads Let's Playen. Das ist ein geiles Spiel. Ich weiß. Ich hab gesagt, ich hab keine Lust mehr auf Let's Plays. Und auch so. Aber irgendwie hab ich doch Lust auf Let's Plays. Das ist so zwiespältig. Was muss ich machen? Ah. Panik. Ich hab keine Ahnung, was ich mach... Aha. Ah, nee. Hä? Da unten war jetzt grad das Ding frei und ich konnte hier in der Münze einsammeln. Bestimmt ist da nochmal ein P-Block, wenn ich jetzt nochmal hier reingehe. Ich kann ihn bestimmt mitnehmen. Was steht da wieder für einen Kommentar? Kacka. Warum steht da immer Kacka? Wo soll denn das? Kacka. Wo ist es? Hier. Kacka. Kacka steht da. Also. Sasa. 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 Keine Ahnung. Chaka. Vielleicht Chaka. C-A-C-A. Ich lese es als Kacka. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ich hol die Münze da unten. Schnell. Verdammt. Kleines blödes Rätselspiel. Da ist noch ein Kommentar. Drotour. Drotour ist Französisch. Oh. Und bedeutet irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Ich kann kein Französisch. Wir schauen nochmal hier so rein. Ist hier irgendwo ein versteckter Block? Irgendwas Verstecktes? Da kommt doch bestimmt hier irgendwo ein kleiner versteckter Block her. Raus. Wieder rumspringen. Nee. Egal. Ich spring hier drauf und renn. Und hol die Münze. Weil das ist das einzige, was ich gerade machen kann. Ha. Ich hab's geschafft. Vielleicht hätte ich doch erst unten reingehen sollen. Ich geh mal... Äh... Hier hoch. Wupp. Das geht nicht. Weil es sind da nur versteckte Blöcke. Wupp. 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 Nee. Dann gehen wir mal zurück. Gehen wir mal zurück. Wir müssen hier noch nicht... Ah. Vielleicht... Vielleicht muss ich da rein. Das blockieren. Äh. Das... Hä? Okay. Jetzt hab ich auf jeden Fall ein Event ausgelöst. Und wir müssen... Wir können nicht mehr in die Röhre rein. Wir können auch nicht mehr hier rein. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Aber wir waren hier in der Tür drin. Genau. Da waren wir drin. Was müssen wir hier machen? Ah. Ah. Der lädt sich auf. Und dann schießt er irgendwann. Das hätten wir auch mal früher sagen können. Blupp. Okay. Das ist jetzt... Äh. Ein Spiel, das... Das... Ein Glücksspiel mehr oder weniger. Weil das kann ich nicht beeinflussen. Wann und wo diese... Diese... Diese Notblöcke... Sein werden. Es hat fast geklappt. Also ist es ein Glücksspiel. Toll. Ich könnte noch mal in die Türe reingehen. Hallo. Schieß jetzt mal. Flup. Oh. Nein. Ich geh nochmal weg. Flup. Nein. Ich geh weg. Halt. Egal. Vielleicht klappt das. Jetzt. Jetzt. Schieß. Lade dich auf. Come on. Nein. Jetzt ist es schon wieder hier im Weg. Nein. Jetzt klappt es. Come on. Verdammt. Okay. Und? Wart. Wart. Was machst du? Nicht schießen. Nicht schießen. Doch schieß. Nein. Jetzt. Jetzt schießen. Lade. 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 Dann ist beides auf. Und es passt. Yay. Tididididim. Aha. Cool. Okay. Rätsel gelöst. So schwer war das nicht. Und ihr müsst mir verzeihen. Es ist sehr früh am Morgen. Wir haben 13 Uhr 88. Das ist sehr spät. Äh. Früher am Morgen. Für manche Menschen. Yay. Oh. Wir stehen. Oh. Auf dem Kopf. Okay. Wir stehen jetzt auf dem Kopf. Die Zeit läuft ab. Oh mein Gott. Ich habe so viel Zeit verblampert. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich tun? 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 Oh. Schöne Musik. Was muss ich machen? Schlüssel gleich das. Ah. Ah. Haha. Schlüssel. Okay. Schnell noch 73 Sekunden. Keine Minute mehr. Doch eine Minute haben wir noch. Aber wir haben ein. Ah. Ein Checkpoint. Das heißt wir haben. Äh. Sobald. die Zeit abläuft. Der Checkpoint vor uns. Ist hier. Hier kommen wir nicht weiter. Hier sind irgendwelche Gestalten. Und hier brauchen wir noch einen Schlüssel. Und dann müssen wir noch ein Rätsel lösen in dieser Röhre. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Jetzt sind wir hier verdammt oder was? Das gibt's doch nicht. Wieso kommen wir nicht in die Röhre rein? Nur weil jetzt diese blöde Tür da steht. Du hast uns den Weg verbaut. Wieso? Toll. Toll. Gut gemacht. Ach nö... Habt ihr das gesehen? Schnell! Schnell! Wir schaffen es vielleicht noch. Oh Gott, das wäre so gradios. Nein, noch ein Rätsel, das schaffen wir niemals. Ich bin noch so schlecht im Rätsel! Schnell, 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 ja, was soll ich machen? Zauberei, Zauberei! Hier, spring hoch, spring hier hoch. Feuer auf das, 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 Feuer auf das! Nein, die Zeit läuft ab! Ich bin tot. Aber immerhin sind wir jetzt schon mal hier. Also, wir müssen halt hier hin. Dorthin müssen wir. Dann müssen wir die Skeletons, diese Knochen trocken, zerstören. Daran hab ich nicht gedacht vorhin. So, hey, hey, hey! Hey! Hey, hey, hey! Hab ich meinen Schlüssel mitgenommen? Oh ja, da ist er. Zum Glück. Dann müssen wir links hinein. Und hier weiter. Und hier hinein. Und dann müssen wir den Hund zerstören. So, das hab ich auch nur gesehen, dass da was rauskommt. Bam! Aber das war nix. Komm raus! Hundi, komm runter! Komm runter! Greif an! Genau so! Bam! Und weiter geht's. Jetzt ist es ja easy. Mal schauen, was noch alles an Rätsel auf uns warten. Hier. So. Einmal hier, dann kommt der Kamek und dann sind wir gestorben. Das ist gut, dass wir jetzt schon wieder hier sind. Das ging schnell. Warte mal, ich mach so und dann... Nee. Und wup! Ha! Das könnte treffen! Baby! Oh ja! Oh ja! Schlüssel hab ich! Wup wup! Oh ja! Und ein Checkpoint! Oh je! Ich glaub das Level ist doch noch ein bisschen länger als gedacht. Oh! Oh! Geister! Geister! Weißbrot! Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Oh! 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 Yeah! Ich hab's geschafft! Wie hat... hä? Wie ist das? Hä? Okay. Okay. Ach! Der hat da bestimmt irgendwie einen Timer eingebaut. So funktioniert das. Oh! Oh oh! Bosa! Endgegner! Endgegnergeist! Hilfe! Ah! Oh Gott! Nein! Wieso? Was muss ich machen? Wie besiege ich das? Ich geh da wieder in die Röhre rein. Ich komm nicht zurück in die Röhre. Was muss ich machen? Oh! Ich hab's geschafft! Okay. Ich hab's geschafft. Wir sind auf dem Dach. Und das ist das Ziel. Das war easy. Wir könnten natürlich jetzt auch noch links runter springen und nochmal durch die ganze Menschen durchlaufen. Und was ist hier oben? Was stehen da für Kommentare? Highest. Okay. Auf ins Ziel! Wir haben's geschafft! Sehr geil! Cooles Level! Mega kreativ! I like very much! Und wo kommt die ganze Luigi's Manson Musik her? Na, nicht schlecht. Nicht schlecht. Luigi's Manson ist ein sehr geiles Spiel. Ich hoffe es kommt für die NX ein dritter Teil raus. Mich würde mich ziemlich, ziemlich stark darüber freuen. Also. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mario Maker. Es war jetzt ein leichtes Level. Wir sind eigentlich nur wegen der Zeit gestorben. Weil ich sehr verwirrt war. Schickt mir doch eure Levels unter dem Hashtag SuperGesassMaker. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like da. Nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Super Mario Maker. Dann hauen sie rein, können sie raushauen. Byeiii. Byeiii. Byeiii.